Klar, dass da das Rohr platzt. Der Müll ist weg. Aber das Wasser läuft noch nicht. Oh, ich weiß, was zu tun ist. Du musst das Pumpwerk finden. Woher weißt du das? Saubere Flüsseprojekt in der vierten Klasse. Wir sind jetzt also blitzsauber? Naja, sauber, ja. Steigt nicht in der Herzen. Gleich da! Genki, das sind die Typen, gegen die ich beim Umspannwerk gekämpft habe. Okay, Bankraub und Umspannwerk verstehe ich. Aber was soll das mit Feast? Finden wir's raus. Meinst du, er wird wieder Schutzgeld kassieren? Wenn's erstmal läuft, klar. Zuerst muss er ja alles im Griff haben. Sind wir nicht deswegen hier? Nein, ich bin gut für die Händen. Du gehörst mir. Sag mir, wie wir euch bezahlen. Ich kann nicht an ihn ran. Nimm das. Nicht schlecht, Kleiner. Jetzt bin ich dran. Es wird Spaß machen. Wie wär's mit dem Deal? Ihr lasst Fies in Ruhe und ich? Ich hab nichts anzubieten. Den Krieger Spider-Man. Du musst die Pumpe einschalten. Ey, du eifriger Flussschützer. Der Pumpendruck ist kritisch. Sie haben wohl an den Ventilen geschraubt. Du musst sie einzeln zurücksetzen, bevor du die Pumpe einschalten kannst. Hast du das gehört? Ihr Boss will sich an Harlem vergreifen. Drogen, Schutzgäufe. Mann, können die sich stattdessen nicht einfach essen und in Museen erfreuen? Mal was nicht Spider-Man-mäßiges. Hast du für die Schule schon mit Jane Eyre angefangen? Ich hab noch gar nichts für die Schule gemacht. Echt abgefahren. Warte kurz. Wintermüll. Cool. Nein, kalt! Erstes Ventil. Jetzt noch zwei. So. Wir waren bei der Lektüre für die Winterpause. Echt abgefahren. Bin grad bei einer Hochzeitszene. Wow. Total fesselt. Bist du gerade? Moment. Wind, dich zu. Ich fach dich platt. Hier geht dich gar nichts an, Spider-Man. Das hier ist eine Privatangelegenheit. Hau lieber ab. Ja, das willst du dich nicht anlegen. Ihr packt. Erwischt. So drens ich ihn nicht. Achtung. Deshalb lässt man die Finger von Asyl. Wenn ihr Hallam in Ruhe lasst, lasse ich euch in Ruhe. Vielleicht. Gute Sinne. Noch könnt ihr abhauen. Gebt sie ihm. Du bist tot. Hey, komm wieder runter. Das. Holt ihn zurück. Er gehört mir. Das bin dann. Misch dich bloß nicht ein, du Rotzlöffel. Jetzt zum Druckventil. Jetzt zum Druckventil.